Hallo Leute und wieder mal zurück bei Lost Rising, ja nachdem ich in dieser Woche nicht so viel aufgenommen habe als um Montag und gestern kam ja mein Zwischenmeldungsvideo, sind wir heute am Samstag wieder zurück in der wundervollen Welt von Fenton Oh ja, Fentons Welt Also gut, beim letzten Mal ähm, habten wir irgendwas gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, was denn ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, als sie nicht mehr da war in der Schule also ähm, ah ja, genau diese merkwürdigen, diese merkwürdige Verkleidung müssen wir noch irgendwie perfektionieren oder so nein, wir brauchen die Kamera vom Terroristen genau vielleicht können wir uns ja bei der Frau beschweren gern würde ich hier etwas oder wir können, nein, wir können auch nix mehr anrufen, verdammt mh, dann reden wir halt mit dem Terroristen Touristen Guten Tag, Herr Graf Sie schon wieder Ja, ich bin's Ich muss doch nochmal wegen des Fotografierverbots fragen Ja, bitte? Sie sagten, falls es hier auf dem Pariser Platz ein Fotografierverbot gäbe, dann könnten Sie das beim Magistrat der Stadt ändern lassen? Immerhin zählen einige der Abgeordneten zu meinen besten Freunden Und ich glaube kaum, dass einer von Ihnen zulässt, dass der Graf von Droste Schattenburg sein aktuelles Fotografie-Projekt nicht zu Ende führen kann Was passiert aber dann mit Ihrer Kamera und der laufenden Aufnahmeserie? Vielleicht findet sich ja ein interessierter Passant, der so lange ein Auge darauf hat Aber ja, natürlich, ich helfe gern, wenn ich kann Ich möchte Sie damit bedanken Okay, wie können wir das verdammte Fotografierverbot über dieses verdammte Brandenburger Tor legen? Na gut, so verdammt ist das Brandenburger Tor auch nicht, aber das ist jetzt egal Zum Olympiastadion Vielleicht können wir uns ja beim Polizisten beschweren, auch wenn ich in Erinnerung habe, dass ich das schon mal gemacht hätte Naja, fragen wir trotzdem Ich bin's wieder Können Sie sich nun als Presse... Bis später Wiedersehen Boah Rote Soße Ah ja, genau, die rote Soße Vielleicht können wir die ja irgendwie aufnehmen In unseren Hut Nein, ähm In die Stoffserviette Ja, in die Stoffserviette Okay Mal schauen Wie schon mein Büro erkennen lässt, habe ich gewiss keinen Putzfimmel Aber etwas Ordnung sollte schon sein Genau, Fenton Du könntest dich ja als Putzkraft hier bewerben Wow, einen Serviette mit rote Soße Mh, ja Was soll ich damit jetzt anfangen? Kann ich irgendwas mit dem kombinieren? Nein, natürlich nicht Rote Soße auf einem Serviette Was kann man damit anfangen? Blut simulieren, okay Was soll bluten? Auf der Serviette steht der Name des Kaffees Erika Sie ist mit einer undefinierbaren, dicken, roten Soße beschmiert Ketchup Naja Und definierbar hört sich besser an Okay, ähm 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 Wow Serviette mit roter Soße Mit was können wir hier interagieren? Mit nicht viel Okay Nein, hier können wir nichts mit der Soße anstellen Können wir denn überhaupt etwas mit der Soße anstellen? Ich schenke die Soße dem netten Mann, der mir dafür etwas anderes geschenkt hat Hier netter Typ Rote Soße Die du nicht magst Hm Schmieren wir halt den Türgriff mit roter Soße ein Was du das auch immer bringst So, jetzt ist der abgegriffene Türknopf wieder komplett rot Mich stören eben solche Kleinigkeiten Dann nimm ihn halt Ich hab keine Lust, mir die rote Soße an die Hände zu schmieren Warum willst du ihn nicht nehmen, Fenton? Wenn ich das Poster kurz und fest gegen den Türknopf drücke, ergibt das Ein interessantes neues Symbol auf meinem Poster Oho, so macht man also das Fotografieverbot Danke, Fenton Danke, Handwerker, der mir eigentlich gar nichts geholfen hat Und danke auch ihr da draußen vor dem Bildschirm Genau du, dich meine ich Okay, ähm Jetzt können wir hier ein Fotografieverbot verhängen und dann die Kamera Ich klebe das Poster auf das Haltestellenschild Dank der Zuckerschicht sollte es recht gut halten Hey, Sie da, das ist ein Fotografieverbot, wissen Sie das? Guten Tag, Herr Graf Sie schon wieder CIA Genau Herr Graf, Sie werden es nicht glauben Eben habe ich entdeckt, dass es hier auf dem Pariser Platz tatsächlich ein Fotografieverbot gibt Was sagen Sie da? Wo soll das stehen? Auf der Posh-Haltestelle Zeige Sie ihn Sehen Sie, da oben Unglaublich, skandalös Ich bin empört Junger Mann, Sie müssen sich um meine Kamera kümmern, während ich die Angelegenheit kläre Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Graf Ich werde mich gut um die Kamera kümmern, Herr Graf Ganz gut Und wieder lade ich mir schlechtes Karma auf Da meine Beweggründe aber rein und uneigennützig sind, bin ich guter Hoffnung, dass mir vergeben wird Naja, wie du meinst, Fenton Okay, dann hauen wir wieder ab Bis Ähm Warum sage ich jetzt bis dann? Ist egal Auf jeden Fall ins Olympiastadion Und ich weiß wieder mal nicht, wie lange ich aufgenommen habe Okay, aber ich glaube, der Dialog... Ich habe nun alles, um mich als Pressefotograf ausgeben zu können Addisons Ausweis, einen Hut, sowie die Brille Und die klebrigen Barthaare des Agalis geben eine erstklassige Spitzbartattrappe ab Ich verkleide mich jetzt und hänge mir die Kamera um, bevor ich wieder versuche, ins Stadion zu kommen So, jetzt dürfte es aber funktionieren Von daher war es sehr einfach Mit meiner Verkleidung und dem gefälschten Ausweis bin ich problemlos an der Wache vorbeigekommen Dann musste ich nur noch die Umkleidekabine der englischen Mannschaft finden und nun stehe ich vor dir Was willst du eigentlich von mir? Muss ja unglaublich wichtig sein, wenn du solche Schwierigkeiten auf dich nimmst Da hast du recht Wir haben nicht viel Zeit, deshalb komme ich besser gleich auf den Punkt Ich habe gelesen, dass du als Führender des Zehnkampfs in den abschließenden Weitsprung-Wettbewerb startest Ja, das stimmt Nun, als Goldmedaillengewinner bekommst du eine Einladung zu einem Empfang nach dem Wettkampf Der Veranstaltungsort, ein Museum, ist wegen dieses Empfangs geschlossen Und außer den Gästen darf heute niemand hinein Ich muss mich dort aber unbedingt etwas umsehen Und zwar so schnell wie möglich Warum das denn? Du erinnerst dich doch sicher an Richard Weston Klar, ihr wart dicke Kumpels auf der Akademie Was ist mit ihm? Genau das möchte ich herausfinden Er ist verschwunden und eine Spur führt in das Museum Die Geschichte ist ziemlich kompliziert Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, würde ich dir alles erklären Aber so bitte ich dich, mir zu vertrauen Ich muss wirklich mit zu diesem Empfang in das Museum Kannst du mich da irgendwie einschleusen? Nö Keine Frage, ich würde dich natürlich mitnehmen Alte Kameraden aus Sandhurst lässt man doch nicht im Stich, richtig? Danke Glenn, du hast was gut bei mir Warte Fenton, es gibt da ein kleines Problem bei deinem Plan Dass ich den Zehnkampf wirklich gewinne, ist gar nicht so sicher Ich liege zwar noch knapp in Führung, aber der Weitsprung ist leider nicht meine stärkste Disziplin Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass der zweitplatzierte Erwin Huber beim Weitspringen an mir vorbeizieht Er springt einfach viel besser als ich und hat mich dieses Jahr in dieser Disziplin immer geschlagen Also wird dein Vorsprung nicht für Gold reichen? Ich fürchte nicht Huber schafft ungefähr 25 Zentimeter mehr als ich Jedenfalls liegen unsere Jahresbestweiten so weit auseinander Wenn er also heute wieder eine konstante Leistung bringt Und mir nicht der Sprung meines Lebens gelingt Dann reichen ihm diese 25 Zentimeter, um mich in der Gesamtwertung noch knapp zu überholen Oh, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dir kräftig die Daumen zu drücken, oder? Oder ein bisschen zu schirmen Stell sich fest Vielleicht nimmt der dich ja mit auf den Empfang Sehr witzig Tut mir leid, dir ist jetzt sicher nicht nach Späßchen zumute Schon gut Ich verspreche dir mein Bestes zu geben Wir werden schon sehen, ob es reicht Lass uns gehen, es ist Zeit Also dein Fenton, ich muss jetzt raus zum Wettkampf Bin schon viel zu spät Danke, dass du dir die Zeit genommen hast Viel Glück Danke, das werde ich brauchen Leider kann ich mich auf Glens Glück allein nicht verlassen Meine Mission ist zu wichtig Zu Not muss ich dem Glück ein wenig nachhelfen Damit ich heute Abend ins Museum komme Ich schaue mich hier am besten erstmal gründlich um Vielleicht stolpere ich ja über irgendeine Möglichkeit Den Ausgang des Weitsprungs zu Glens Gunsten zu beeinflussen Ich schneide hier Ciao Oder Bye